Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurem Monatsorakel September. Oh, 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 die Zeit verfliegt, die Zeit rinnt, schon wieder einen Monat um und das sind, die Monatsorakel sind für mich immer so ganz was Besonderes, weil es ja wirklich nur einmal im Monat, schauen wir dahin, was tut sich in dem einen Monat. Vielleicht schaust du auch rückwirkend die Legungen an, um zu Revue ein bisschen passieren, was so reflektieren, was war, was hat dich in der Vergangenheit auch getriggert oder was ist zu eingetroffen, zugetroffen. Ich bin jetzt schon gespannt, was wir oder was wir alle erwarten können in diesem Monat. Es wird sehr turbulent, ich spüre eine Zeit schon auch von Hindernissen, die überwinden werden können. Es gibt Chancen und Möglichkeiten, die ich spüre, die jetzt auf euch zukommen können. Wir werden es sehen. Ich habe hier den blauen Stein ausgewählt, dann habe ich den roten Quarz und dann habe ich den wundervollen Amethyst. So, und wir starten hier die Hauptüberschrift und machen es jedes Monat. Da haben wir das Ahnenfeuer. Aus einem Sandkorn, also aus etwas Kleinem, etwas ganz Großes machen, das bekomme ich herein. Aus etwas Kleinem, etwas Großes gestalten. Auch so Erntedank nehme ich schon wahr hier. Ich glaube, dass du einen Samenkorn siehst für deine neuen Projekte, für dein neues Vorhaben. Aber du gehst auch ganz schön giftig dran. Du bist sehr weise, sehr klug, aber vielleicht hast du im Monat September so ein bisschen eine giftige Zunge. Weil wir haben hier das Efeu, ich zeige es euch. Und Efeu steht ja für das Gift auch, oder Efeu ist auch giftig. Wir sehen einen Kristall. Wir sehen Federn. Also es gibt Botschaften vom Universum. Vielleicht schaust du dir auch das Video an, die Botschaft, deine Botschaft vom Universum. Weil hier könntest du das Universum in deinen Händen halten, ja. So wie wenn du das Universum in deinen eigenen Händen halten würdest. Aber du musst aufpassen, dass du es vielleicht nicht vergiftest, dein Universum. Ja, es könnte auch sein, dass du mit falschen Menschen nochmal zu tun haben wirst oder zu tun haben könntest. Das, was dich herausfordert, schauen wir mal, was du erntest, was du siehst. Dann haben wir hier das Ahnenfeuer und die Lichtreinigung. Also es geht wieder um Reinigung, es geht um Klärung, es geht wieder mal um die Ahnen. Ja, um das frühere Leben oder um deine Ahnenfamilie, männlich wie weiblich. Es wird wieder ein Ahnenvideo von mir geben. Also hier auch das, die Ahnen sind sehr, sehr stark an deiner Seite. Aber auch wieder dieses feurige, hitzige, ne. So dieses, hey, ich kämpfe für dich. Also entweder kämpfst du für deine Lichtreinigung, vielleicht kämpfst du für dein Licht wieder zurück, ne. Vielleicht hast du es mit Menschen zu tun gehabt, die einfach nicht so nett, freundlich waren, wo deine Energie ein bisschen verloren gegangen ist. Dann holst du dir das im September wieder zurück. Es geht in Richtung Erholung. Also ich kann mir gut vorstellen, dass du hier im Monat September ein bisschen dich mehr zurückziehst oder zurückziehen solltest, um einen Abschluss. Es geht um einen Abschluss, es geht um eine Tür zu schließen oder sich schließende Tür, also eine Tür wird sich schließen. Eine neue Tür wird sich aber auch öffnen. Aber vielleicht bist du dabei, gerade etwas abzuschließen. Ja, also vielleicht schließt du hier etwas in deinem Leben ab. Das spüre ich auch sehr, sehr stark, dass du etwas abschließt. Was deine Ahnen vielleicht nicht geschafft haben, schließt du jetzt ab. Und du bereinigst sozusagen mit dem Ahnenfeuer deine Thematiken, was in deiner Ahnenlinie drinnen ist. Vielleicht schaust du dir deine Thematiken auch an, was deine Ahnen nicht geschafft haben. Schaust du dir an, ganz gezielt an. Und ich sehe hier, dass hier eine sehr weise Frau in der, es kann ja sehr weiblich, aber auch die männliche Ahnenlinie sein, dass du hier Unterstützung bekommst, um in deine Lichtreinigung zu kommen und deinen Sandkorn hier aufzufüllen, aufzudanken. Es geht wieder um ein Stück fürsorglicher zu sein. Ja, das passt sehr gut zu dem Efeu. Hoppla, dazu, dass der Efeu für dich so auch, dass du Acht geben darfst, dass du hier, hoppla, ja, die Ahnen und den Abschluss, also die kommen schon mal, die wollen jetzt zum Abschluss kommen hier. Bevor es zum Abschluss kommt, darfst du dir darauf vielleicht denken, dass du nicht vielleicht so hitzig bist, denn du darfst auch mal fürsorglich sein. Und der Krebs steht auch für das Häusliche, für die Familie, für den Familienzusammenhalt, also hier könnte es auch darum gehen, dass du hier etwas abschließt im Thema Familie. Aber auch, dass du dich etwas zurückziehst, um in die Heilung zu kommen, um Hindernisse loszulassen, weil wir haben hier Hindernisse und Ideale und Weite. Was sind deine Idealen? Was ist deine Weite? Wo möchtest du dich hin ausbreiten? Jupiter ist natürlich unser Regent in diesem Jahr. Das kann auch sein, dass du den jetzt auch so richtig zu spüren bekommst, weil du jetzt in deinen neuen Lebenszyklus eintrittst, also sprich, vielleicht hast du im Herbst oder im September Geburtstag oder du bist Jungfrau, diese Hindernisse, du glaubst, dass es ein Hindernis ist. Und diese Hindernisse kommen aus deinem Ahnenfeuer, also sprich von deinen Ahnen. Also hier kommen Hindernisse von deinen Ahnen sehr deutlich an die Oberfläche. Sie werden sich sehr, sehr deutlich zeigen. Und du wirst auch reflektieren, also auch wenn du in der Dunkelheit, vielleicht musst du mal in die Dunkelheit abtauchen, damit du da wieder in das Licht hier hinauftauchen kannst. Vielleicht wirst du zuerst abgetaucht und jetzt tauchst du wieder auf. Oder jemand taucht wieder auf. Das kann ja natürlich auch sein. Dass jemand wieder in dein Energiefeld kommt, dein Ex-Partner, deine Ex-Partnerinnen, Menschen, mit denen es nicht leicht war, dass die auf einmal sich wieder melden und vorher warst du, keine Ahnung, warst du Luft, warst du ihnen egal. Und dann kommen die wieder und triggern dich. Und dann solltest du deine Werte und deine Weite fragen, deine Idealen fragen. Ist es noch ideal für dich? Ist es noch gut für dich? Kannst du da auch noch fürsorglich sein? Oder warst du das nicht mehr und du bringst es zum Abschluss hier? Das Universum ist dein Partner in der Hand halten. Interessant, ja. Das ist die gleiche Geste, wie ich hier gespürt habe hier, dass du hier dein Universum in deinen eigenen Händen hältst. Also hier hältst du das Universum in der Hand. Man gibt dir das Universum in deine Hände hinein. Also schau dir auf alle Fälle an die Botschaft des Universums so. Also deine Botschaft des Universums so. Hier schau, weil nämlich du haltest es zwar in den Händen, aber du hast es nicht in den Händen. Es ist so zweischneidig. Du hast es in deinen Händen, aber du haltest es nicht in deinen Händen. Das heißt, da ist noch Spielraum. Da ist noch Spielraum rundherum, ne? Hier. Du gestaltest diesen Raum hier. Und du gestaltest es natürlich so, wie es für dich auch bestimmt oder gut tut. Dann haben wir die Befreiung aus der Stagnation. Ja, es kommt im September zu einer Befreiung. Vielleicht befreist du dich von diesen Hindernissen hier. Vielleicht befreist du dich von Menschen, die dir nicht mehr gut tun. Und deshalb bringst du das zum Abschluss. Kann ich nur jedem empfehlen, es geht euch wesentlich besser, als wir immer wieder hinterher zu hadern und eure Energien zu verschenken. Sondern hadert nicht mehr, sondern nützt die Energie, die euch gegeben wird. So, ich schiebe das jetzt mal ein bisschen zusammen. Ja, natürlich. Ah ja, es kann sein, dass mancher dir erscheint, als ob wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Vielleicht muss aber das Kartenhaus bei dir zusammenfallen. Bekomme ich gerade herein. Vielleicht fällt das Kartenhaus zusammen. Vielleicht hast du gedacht, dass irgendetwas... Ja, dass du irgendwie deine Hindernisse, dass du sie überlisten kannst. Und im September kommst du darauf, nee, eigentlich kannst du gar nichts hinterlisten. Und deshalb kommst du in diese befreiende Stagnation. Gut, vielleicht warst du auch genau deshalb in einer Stagnation drinnen. Das kann natürlich auch sein, dass du natürlich in dieser Stagnation drinnen warst. Und deshalb ging es nicht vorwärts. Und jetzt legt man dir quasi das Universum in deine Hände hinein. Und man sagt, okay, gut, wir geben es dir. Und wir schauen mal, was du daraus machst. Deine Ahnung sagt, gut, die ist soweit, er ist soweit. Wir legen es in ihre Hände. Und dann schauen wir mal, was sie daraus macht. Das ist das, was ich als Überschrift hereinbekomme. Ja, dann gesegnet sei ihr Herz. Ergreifen sie die emotionale und spirituelle Unterstützung, die sich ihnen bietet, um ihr Herz zu heilen. Ja, Wiederheilung. Also es geht im ganzen September um das Innerste zu heilen, das Licht zu heilen, dich zu heilen. Dein Herz zu heilen, wieder fürsorglicher zu werden, sanftmütiger. Also ich muss schon sagen, also die letzten 14 Tage, die waren schon sehr herausfordernd, auch für euch. Und diese herausfordernde Zeit, die wird sich bis Oktober noch hinziehen. Aber es verbirgt auch tolle Chancen, um etwas zum Abschluss zu bringen. Dann haben wir den Granat. Reinigung und Entgiftung würde wieder zu dem Lichtreinigung passen. Es ist Zeit, sich von physischen und energetischen Giften in ihrem Leben zu befreien. Ich bin mir nicht sicher, wo das, ich glaube, in der vorhergehenden Wochenlegung ist das sehr stark, glaube ich, auch herausgekommen. Oder deine Botschaft vom Universum. Also irgendwo ist auch sehr, sehr stark auch diese Reinigung gefallen. So, jetzt ist es richtig warm geworden. Hier erinnern. Zuerst ist es richtig trüb draußen und jetzt ist es aber trotzdem warm. Ja, hier bin ich schon gespannt. Wir starten mit dem blauen Stapel und die anderen gehen wir mal zur Seite. Was kommt denn auf euch zu, meine Lieben? Was kommt auf euch zu? Ich lege mal aus, weil ich weiß ja auch nicht, was drinnen ist. Ja, negatives Reinigen. Ja, der Auftakt ist Reinigung. Wir haben die letzte Karte in der Hauptüberschrift Reinigung gehabt hier. Reinigung und Entgiften. Vielleicht solltest du reinigen und deinen Körper entgiften. Auch das kann sein. Lassen sie die negativen Energien an ihren oder um sie herum los. Ja, das können diese Menschen sein, die sich vielleicht nochmal zeigen, nochmal taucht es auf, nochmal geht es in die Offensive und das könnten deine Hindernisse sein. Aber du wirst sie sehr, sehr gut meistern, weil du befreist dich aus deiner Stagnation. Du sagst, nee, du bist mehr wert, du bist fürsorglich, du bist lichtvoll und du hast das Universum. Und du möchtest es zum Abschluss bringen, damit sich eine neue Tür öffnet. Lassen sie ihr inneres Licht erstrahlen. Sie werden dazu ermutigt, kühn zu sein und auf die Pauke zu hauen. Ja, hier darfst du, das sind die Hindernisse, hier darfst du tatsächlich ordentlich auf die Pauke hauen. Also hier habe ich schon das Gefühl, dass es nicht ganz so, ja, nicht ganz so schnell vonstatten findet. Ich glaube, dass durch das dann so Mitte, Ende September wirst du deinen Körper oder deinen Lichtkörper wieder spüren. Du wirst dich wieder neu fühlen, neu geboren fühlen. Aber es könnten nochmal Schmerzen hochkommen, nochmal Hindernisse hochkommen und ja, vielleicht auch noch Trauer, Schmerz, Wut, Kroll. Oder dein Gegenüber ist es, ne, der wieder bei dir ablagern möchte, ne. Vielleicht ist es ja auch jemand, vielleicht bist du immer so der Papierkorb oder der Müllkorb gewesen für andere Menschen. Und jetzt sagst du, nee, nicht mehr mit dir. Du hast einen Wert, entweder es passt dir oder es passt dir nicht. Dann auf Wiedersehen, ne. So bist du jetzt drauf. Du lässt dich nicht mehr für dumm verkaufen. Und dann handel sofort. Okay, ja, hier kommst du in, also hier solltest du Anfang September, wenn, sobald du diese Legung dir anschaust, sofort handeln. Also handle und reinige dich. Also hier bekommst du den Hinweis, gleich am Anfang des Septembers, Monat, sofort zu handeln. Denn das Schicksal könnte jetzt an deiner Zeit, an deiner Seite sein, wollte ich sagen. Und die Zeit ist reif, ne. Also manches Mal ist es recht lustig, ne, wenn man so Sätze von sich geben. Ja. Also das Schicksal, ja, das zeigt sich immer wieder. Ich weiß, ich, I don't know. Das Schicksal mischt jetzt wirklich ordentlich durch, weil all diejenigen, die mit mir in dieser Reisegruppe sind, ähm, hier werden die Karten einfach neu nochmal gemischt. Hier kommt die Reife. Hier kommt, du bereitest jetzt schon alles vor. Also handle jetzt. Denn es kann jetzt sein, dass du im Winter dann die Reife hast, den Schlussstrich zu ziehen. Dass du jetzt schon langsam immer wieder an deinen Prüfungen arbeitest, ne. Manches Mal schaffst du die Prüfungen vom Universum, manches Mal nicht, ne. Vielleicht mache ich mal so ein Video, was sind deine Prüfungen des Universums, ne. Ich werde es mir jetzt gleich notieren. So, wenn ich es mir nicht schnell notiere, ist es wieder weg. Dann haben wir den Reiter Verbote des Wandels. Okay, Verbote des Wandels. Na, da bin ich gespannt, was das Büchlein da wohl mit uns, oder uns damit sagen möchte. Es geht so um Fortschritte. Ach nein, sorry, ich habe mir, ich gebe ja keinen Zufall, warum ich mich verlesen habe. Der Vorbote des Wandels, nicht um der Verbot. Also ja, vielleicht ist es der Verbot, ne. Vielleicht glaubst du, dass man dir etwas verbietet, ne. Oder man verweigert dir etwas. Aber das ist, dem Universum sagt, nein, wir wollen dir nichts verweigern, nichts, ähm, nicht geben. Sondern wir wollen es dir geben, damit du eben in diesen Wandel kommst. Damit eben dein Schicksal, damit du es jetzt annehmen kannst. Also hier auch der Vorbote des Wandels. Der Vorbote des Wandels, das fällt mir auch ganz gut. Gut, der Vorbote des Wandels könnte auch sein, dass du dich jetzt auf dein Pferd setzt und endlich dich traust, loszureiten. Dass du es endlich annimmst, dass du es endlich in deine eigenen Händen nimmst, dein Schicksal in deine Hände legst. Das wir uns hier auch in der Hauptüberschrift gehabt haben. Die Zahl 3 ist sehr prägnant. Wir haben hier 3 drinnen, wir haben hier 3 und wir haben hier 3. Also es ist die Zahl 3, Körper, Geist und Seele im Einklang ist schon sehr wichtig. Und du hast auch noch den großen Lehrer der Lektionen an deine Seite bekommen. Also wirst du etwas lernen. Definitiv, ja, weil das Saturn bringt dir was zu lernen. Grenzen und Lektionen. Also hier wird sich etwas, ähm, eine Prüfung. Ja, ich krieg's immer wieder so durch. Für einige von euch könnten tatsächlich vom Universum geprüft werden. Ja, ob du schon so weit bist, ob deine Reife schon sich entwickelt hat, ob du reif bist für deinen Wohlstand, ob du reif bist. Ach ja, Herausforderungen anzunehmen. Anzunehmen, ne, wir haben hier Hindernisse, dann haben wir schon bei dir die Herausforderungen. Also hier auch, bist du so weit, bist du so reif, deine Herausforderung anzunehmen. Traust du sie dir auch anzunehmen. Bist du auch schnell genug, um es anzunehmen. Wohlstand, das kann jetzt Wohlstand sein, das kann auch Gesundheit, kann Wohlstand sein, das kann Materielles sein, das kann ein neues Zuhause sein. Wohlstand in jeglicher Form, das, was du unter Wohlstand empfindest. Ja, da geht's um geheime Pfade, da geht's um einen geheimen Weg, da geht's um Geheimnisse. Vielleicht geht es auch sehr stark um... Nicht Geheimnisse, ich spüre hier, ganz ehrlich, ich spüre hier einen herausfordernden Weg. Also hier könnte es sein, dass ein herausfordernder Weg auf dich wartet, den du noch nicht kennst. Irgendetwas wird dich im September herausfordern oder das Schicksal fordert dich ein bisschen heraus, aber zu deinem Besten, zu deinem Wohle. Vielleicht denkst du dir, Mensch, nicht schon wieder. Warum immer, warum immer ich, ne? Warum hat das Schicksal, kennt sie keine andere Person, ne? Ja, kennt sie, aber sie weiß auch, dass ganz genau, dass du jetzt so lange geprüft wirst, bis du reif bist, deinen Weg zu gehen und deinen Weg so zu gehen, wie es dir passt. Und deshalb der Vorbote des Wandels. Also hier kommt jemand und zeigt dir den Weg, wie es sein könnte, wenn du ihn gehst, wenn du ihn draus zu gehen. Wow, ja, Vorbote der Veränderung und Ehre und Erfolg. Also hier zeigt sich Ehre und Erfolg bei dir. Ja, Ehre und Erfolg und Veränderung. Deine Herausforderung wird es sein, die Veränderung anzunehmen. Deshalb kommt ein Vorbote, der dir dabei hilft und dich dabei unterstützt auf deinen Weg. Vielleicht bist du Menschen begegnet, die nur auf ihren eigenen Wohl bedacht sind, auf ihr eigenes Weiterkommen, auf ihre eigenen Entwicklungen und Fortschritte. Und jetzt lernst du aber immer mehr gegen Ende September Menschen kennen, die auch auf deinen Vorteil bedacht sind. Ja, du befreist dich auch und kommst dann zu Ehren und zum Erfolg. Das ist deine Veränderung. Ja, hier kommen loyale Freunde, wie das passt. Ja, das passt so gut, weil nämlich diese Freunde sind jetzt ehrliche Freunde. Die sind vom Universum dir geschickt worden. Das sind die Vorbote. Ja, das kann jetzt sein, dass du etwas bei mir hörst und ich bin jetzt zum Beispiel dein Vorbote und sage dir, dass hier und dass irgendein Hindernis auf dich kommt, dass du sagst, ja, Hindernis, gut, du bist da, aber wir machen das Beste daraus. Und hier triffst du Gleichgesinnte oder du triffst Menschen, die um dein Wohlergehend bemüht sind, die aber ehrlich bemüht sind um dein Wohlergehend. Also nicht diese Fake News und ja, 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 alles supi bupi, sondern dass man auch mal erzählt, hey, ja, so ist es bei mir, wie ist es bei dir. Also man kommt wieder heraus aus diesem Kokon. Ja, ich sehe einen Kokon, der gesprengt wird. Kommunikation und Interaktion, Heim und Familie. Ja, Fürsorge. Du kommst wieder hin, mehr, du ziehst dich mehr wieder zurück und bist für Familie da, bist für ein Heim da. Also du bist jetzt mehr für dich da, du kommunizierst mehr mit deiner Familie, du interagierst mit deiner Familie sehr, sehr stark. Und das Interessante ist, wir haben hier das dritte und das vierte Haus. Auch interessant, ne? Also zwei Häuser. Und Saturn, kann ich euch sagen, ist nie leicht. Also wenn du den Saturn jetzt an deiner Seite hast, kann ich dir versichern, dass Saturn immer auf eine herausfordernde Zeit aus ist. Das ist Saturn, ja? Wir schauen noch, welche Hinweise, Botschaften bekomme ich noch. So. Für euch. Und da schaut ihr bitte auf euer Herz, ja? Der Spiegel. Hier spiegelt dich jemand. Vielleicht findest du auch jemanden, ja, dich spiegelt, deinen häuslichen Werten spiegelt. Oder du ziehst dich auch mal sehr zurück von der Öffentlichkeit. Auch das kann sein, dass du dir mal Ruhe, Pausen gönnst und dass es jetzt Zeit ist, ne? Zeit der Reife. Wir haben wieder die Uhr. Also hier, sehr interessant hier. Für manche, die sind jetzt im September schon zu weit und zu reif und andere halt wieder nicht, ne? Aber du bekommst Hinweise, Botschaften. Welche Botschaften bekommst du hier? Oh, wow. Schaut mal das an. Das ist herausgekommen bei, ich glaube, bei den Wochenorakel, bei deiner Botschaft vom Universum. Also diese Karte zeigt sich ziemlich oft. Ich glaube, auch bei Jenseitskontakten hat sie sich auch gezeigt. Also, Halleluja, da geht's wirklich zur Sache. Und wow, the love. Schaut mal das an. Also hier könntest du tatsächlich die Liebe deines Lebens kennenlernen. Hier wird dir jemand geschickt. Und das könnte vielleicht mit Herausforderungen zu tun haben. Vielleicht ist jemand sehr wohlhabend. Vielleicht steht auch jemand in der Öffentlichkeit. Und da musst du dich verändern. Früher hast du geredet, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Und dann stehst du mitten in der Öffentlichkeit und dann bringst du vielleicht kein Wort raus. Also so, das kann es natürlich auch bedeuten. Aber, das schauen wir uns dann alles in Monatsorakel Liebe an. Das ist ja allgemein hier dieses Video für Liebe, Beruf und Finanzen. Da schauen wir ja immer allgemein hin. So. Das war der blaue Stein. Und jetzt kommen wir zum roten Gewarz. Was kommt auf dich zu bei diesem schönen roten Gewarz? Oder lässt jemand schon los? Sehr gut. Hier spüre ich Herzschmerz. Du könntest mit deinen Jenseitskontakten in Verbindung gehen. Oder in Resonanz gehen auch. Was haben wir hier? Stressreduktion und spiritueller Schutz. Du wirst behütet und beschützt. Also hier geht es wirklich um deinen Schutz. Um deinen körperlichen, emotionalen und energetischen Schutz. Befreien sie ihren Geist, Körper und Tagesablauf von Stress, um sich auszuruhen. Kräfte zu sammeln und sich zu erholen. Ja, es geht um den Rückzug. Wir haben eben die Krebsenergie, interessanterweise. Vielleicht bist du Jungfrau und Krebs-Astendent. Dann schau dir auf alle Fälle die Sternzeichen-Legum an. Dann haben wir bei dir eine Aufeinander... Nein, auf eine Beziehung einlassen. Ich habe hier das Gefühl, dass du hier dich vielleicht schwer tust im September, dich aber immer... Oder du hast dir immer schwer getan, dich einzulassen auf Beziehungen. Vielleicht warst du immer eher die Kühle, die... Die unnahbare, die nicht greifbare. Ich spüre dich so. Wenn du jemanden kennengelernt hast, dann bist du gleich auf Distanz gegangen. Ja, so da bist du, da bin ich. Aber da kann keine Liebe entstehen, weil da ist Platz für vieles in der Mitte. Und hier haben wir das Nadelöhr. Schau hinter den Schleier oder schau hinter deiner Fassade. Blicke hinter den Kulissen. Hier habe ich das Gefühl, dass du glaubst, das Universum ist so klein. Du hast es nicht verdient. Vielleicht hast du auch das Gefühl, Enge, dass du Enge spürst. Ja, das kann es auch sein. Dass du hier das Gefühl hast, boah, es platzt dir bei der Kragen, weil es dir zu eng wird, zu hitzig wird. Ich habe hier auch viel Hitze. Wir haben hier das Feuer. Wir haben zwar Wasserenergie, aber viel Hitze. Also ich spüre bei dir, ich weiß nicht, was kommt da noch raus bei euch. Wassermann. Okay. Also eher Luft. Also Hitze. Hier könnte Feuer, Luft eine größere Rolle spielen bei euch. Hier geht es um dein Selbstbewusstsein. Erlebe die Dinge ohne zu hinterfragen. Hinterfragen. Okay, vielleicht bist du jemand, der immer bis jetzt immer alles hinterfragt hat, sein ganzes Leben hinterfragt hat. Warum, wieso, weshalb ist das so? Warum ist die Sonne gelb, zum Beispiel? Und sich zu fragen ist ganz gut, aber sich dann zu festzubohren in etwas ist nimmermehr gut. Oder sich fest zu grallen. Oder warum liebt er dich nicht? Warum will er dir den Job nicht geben? Warum ist dein Zustand so, wie er ist? Warum können wir nicht? Was auch immer. Ja? Also hier solltest du ein bisschen mehr Lockerheit in dein Leben bringen. Dann haben wir das dritte Auge. Du solltest tiefer blicken. Du solltest mit deinem dritten Auge schauen. Deshalb auch die Dinge mal geschehen zu lassen. Durch das dritte Auge zu blicken. Ja? Hinter dich. Das passt sehr gut, ne? Seht ihr? Hier haben wir das dritte Auge. Das ist so wie das Nadelöhr hier. Und hier haben wir auch so diese Öffnung gehabt, ne? Interessant. Also vielleicht solltest du wirklich dahinter blicken, was so los ist. Hinter den Fassaden zu blicken. Hinter den Kulissen zu blicken. Hinter das Universum zu blicken. Warum du Hindernisse oder warum noch Hindernisse auf deinem Weg sind. Um dich dann zu reinigen und zu klären. Weil hier bist du noch in der Warteposition. Also du wartest noch auf etwas. Vielleicht wartest du auf die Liebe deines Lebens. Vielleicht wartest du auf den Job deines Lebens. Vielleicht wartest du, dass sich irgendjemand verändert. Ja? Aber warten oder erwarten, das kann ich euch wirklich sagen, das wird immer enttäuscht werden. Wenn ihr euch etwas erwartet, dann wird das oft meist mit Enttäuschungen einhergehen. Hier solltest du nicht warten. Das passt gut. Warten und Aktivität. Seht ihr das? Das ist genau das Gegenteil. Also die einen warten und die anderen kommen in die Aktivität. Und die anderen waren in der Aktivität und gehen in das Warten. Also das heißt, kommt in die Aktivität und gebt euch Ruhephasen. Ja? Nicht das Warten, sondern die Ruhephasen in deinem Leben. Also schau, dass du dich auch zwischendurch immer wieder mal im September erholst. Wenn du schon sehr aktiv bist, wurscht, gesundheitlich, körperlich, geistig, seelisch an dir arbeitest, gönn dir zwischendurch auch mal Ruhe. Und das ist gut. Leg dich hin, meditier oder mach Yoga, entspanne dich. Und hier haben wir die Metamorphose. Guter Ausgang in der Liebe. Interessant, ne? Wenn du dein Selbstbewusstsein und den Stress etwas loslässt, dann wirst du einen guten Ausgang in der Liebe im September haben. Weil dann kommt das Schicksal und das transformiert dann dein Thema hier. Also solltest du lange Single gewesen sein, dann kann es sein, dass das jetzt im September sich transformiert, weil du dahinter blickst. Du blickst hinter den Fassaden. Du blickst dahinter deinen Stress. Warum hast du Stress? Warum machst du dir den Stress? Ja, hier ist, kommt eine Blockade beruflich. Also in September könntest du diese Herausforderung haben, dass diese Blockaden in dir, dass du entweder deine Blockaden auf Reisen schickst, ne? Das kann das auch sein. Dass du deine Blockaden auf Reisen schickst und sagst, adieu, 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 wir brauchen dich nicht, ne? Bei anderen könnte die Blockade tatsächlich auch in der Arbeit entstehen. Und wenn du vorher Blockaden in deiner Arbeit hast oder dass du nicht den Job gefunden hast, den du eigentlich magst, dann wird sich das definitiv auch positiv für dich verändern. Also wir haben die Störche, also die positive Veränderungen. Es kann aber auch sein, dass du daran arbeitest, dass du etwas mit den Knochen hast, dass du etwas mit den Zähnen hast, dass hier jemand etwas reißt. Das kann auch sein, dass man dir einen Zahn ziehen muss. Oder dass man hier einen Eingriff macht, ne? Das kann auch sein. Vielleicht hast du auch eine OP vor dir, ne? Vielleicht hast du immer wieder das Gefühl, du kannst oder du bist mit deinem dritten Auge blockiert. Du kannst mit deinem dritten Auge nicht schauen, nicht hinschauen, nicht begreifen. Dann wird es dir im September gelingen, weil du hast die Metamorphose. Es wird dir gelingen, durch das dritte Auge zu schauen. Es wird dir gelingen, in diese Aktivität zu kommen. Es wird dir gelingen, diese Warteposition loszulassen. Und diese Störche hier. Ja, also hier kommt eine Transformation der Superlative. Neue Menschen kannst du kennenlernen. Neue Einladungen kannst du bekommen, beruflicher Hinsicht. Aber auch, es kann sein, ja, dass du viele Vorstellungsgespräche hast und viele Absagen. Aber am Ende des Monats bei dir sehe ich zum Beispiel ganz, ganz viele neue Menschen in deinem Umfeld. Das kann beruflich sein, die in der Liebe sind. Und das führt zu einem positiven Ausgang. Also hier transformierst du dich. Also hier ist es wichtig, Anfang September nicht in die Warteposition gehen, sondern hinsetzen und sagen, oh mein Gott, das ist alles so scheiße. Ja, ich weiß, wie sich das anfühlt manches Mal. Aber es ist gut, da rauszukommen und zu sagen, okay, gut, die Herausforderung ist ja da. Nur wie meistert man das? Wie geht man das am besten an, sodass du es bestmöglich hast, aber auch dein Gegenüber bestmöglich hat? Und dann haben wir eben die Segel. Dann haben wir hier die Visionärin und die Spiritualität und die Kunst. Ich habe auch das Gefühl, dass du eine riesengroße Visionärin bist, tatsächlich, weil die Störfe und der Blumenstrauß sind auch manches Mal Visionen, positive Visionen, heilende Visionen, transformierende Visionen. Das heißt, du wirst eine Vision bekommen, wie du deine Hindernisse selbstbewusst meisterst, wie du deine Stressreduzierung, reduziere, reduziere, reduziere. Oh mein Gott, reduzieren kannst? Halleluja. Reduzieren kannst und somit auch an Kraft gewinnst. Du gehst volle Kraft voraus mit diesem Schiff. Du verlässt ohne Wenn und Aber ein Ufer, was dir nicht mehr gut getan hat und reist in die Spiritualität. So, ich kriege so die Tausend und eine Nacht. Ich kriege ganz viel Romantik herein. Ich weiß nicht, warum, aber ich spüre ganz viel Romantik. So liebevoll. Jemand ist da für dich. Jemand haltet dich. Ich weiß nicht, ob das jemand ist, den du kennenlernst. Jedenfalls ist es eine Person, wo ich das Gefühl habe, dass du sehr vertraut bist oder der Mensch ist dir sehr vertraut. Vielleicht hast du auch lange warten müssen auf die große Liebe, weil wir haben ja die jetzt daneben liegen und ich denke ja nicht nach, wie ich meine Karten hinlege. Vielleicht hast du dich auch gestresst, weil du immer gewartet hast auf die Liebe und dein Geheimrezept wäre gewesen, durch das dritte Auge zu schauen. Eine Reise anzutreten. Du wirst die Reise noch antreten, das sehe ich, aber du wirst die Reise verschieben oder du hast die Reise verschoben. Also hier ist eine Reise, die du verschiebst oder verschoben hast oder verschieben wirst. So, da muss ich jetzt andere Karten dazu nehmen. Ja, hier arbeitet jemand sehr, sehr hart. Ich glaube, dass du viel zu hart zu dir bist. Ja, und das transformiert sich. Gott sei Dank. Halleluja. Also wenn du sehr hart an etwas gearbeitet hast, an dir, an dem Job, dass die Liebe kommt, dass du gesehen wirst, dass deine Produkte gesehen werden, dass deine Gaben gesehen werden. Also du hast schon gar nicht mehr gewusst, was du machen sollst, aber hier kommt es zum Positiven. Hier kommt eine positive Wende auf dich zu. Ja, definitiv. Schau mal, was noch kommt. Gut, jawohl, hier. Ja, schaut mal das an. Wieder die Reise. Ja, hier solltest du eine Reise antreten. Schaut mal. Du huckst vielleicht immer zu Hause, traust dich nichts unternehmen. Solltest du aber eine Reise unternehmen, das wirst du. Vor allem wir haben das Kind, das ist der Neubeginn. Du wirst deine Reise antreten und dann könnte es sein, dass du hier guter Ausgang in der Liebe, dass du hier dann jemanden kennenlernst und zwar jemanden Neues kennenlernst auf der Reise. Also es kann sein, dass du im September eine Reise antrittst. Ja, wir haben hier die Krankheit gehabt, schaut mal. Auf dem Kopf. Ja, also hier ist die Krankheit auf dem Kopf. Das heißt, eine kurze Krankheit könnte im September auf dich zukommen. Ja, das kann eine leichte Grippe sein. Das kann, ja, eine Verkühlung sein. Das kann Allergien sein. Also ich sehe auch hier Allergien, also Lebensmittelallergie. Sehr stark sogar. Ja, solltest du mehr wissen wollen, kannst du dich auch sehr gerne an mich oder mein Team wenden. Das war's hier. Ich bin echt auch gespannt. Also hier sehr interessante Botschaften, würde ich mal sagen, was da auf euch zukommt. Im Monat September. Und jetzt kommen wir zum dritten Stapel und letzten Stapel. So. Da ist der Amethyst gefallen. Sehr kühlend, sehr wie wenn Feuer gekühlt wird. Ja, so klingt lustig, aber ich spüre das so. Hier wird jetzt mal was gekühlt. Lebensverändernde Erscheinung und Erfahrung. Aha, aha, aha. Sensible Gefühle in Zeiten starker Gefühle und Empfindsamkeit sind Selbstmitgefühl und Sanftmut besonders wichtig. Ein großer und segensreicher Wandel steht ihnen bevor und Gott unterstützt sie bei jedem Schritt auf diesem Weg. Hier bekomme ich Erzengel Michael sehr, sehr stark herein und auch Atlantis. Ja, also hier könnte euch Erzengel Michael helfen und euch unterstützen auf euren Weg. Vielleicht werden auch deine Gefühle, vielleicht wirst du im September auch gefühlvoller. Vielleicht auch, ähm, irgendwas löst sich auf. Ich kann es noch nicht sagen, was es bei euch ist, aber ich spüre, dass sich hier etwas bei euch auflösen wird. Also irgendwas löst sich auf. Irgendetwas wird euch genommen. Das ist eben diese Hitze. Vielleicht wird euch auch diese Hitze genommen in eurem Körper. Aber hier haben wir auch ganz viel Hitze. Wow, die Green of the Ballen. Also hier wirst du wirklich die Königin des Balles. Also man wird dich behandeln wie eine Königin. Du wirst gesehen werden. Also auf einmal wirst du gesehen. Es kann jetzt sein, dass du lange Zeit nicht gesehen wurdest. Und jetzt wirst du wieder an, oder jetzt sehen die Menschen dich im September. Man sieht dich. Man beobachtet dich. Augen des Condors. Sich über den Hindernis erheben. Oh, nicht schlecht. Auch hier sprechen die Karte von Hindernissen. Hindernis. Hindernis. Aber, und das ist das, was mir bei dir sehr, sehr gut gefällt. Du bist gut geerdet, aber du fliegst über deine Hindernisse drüber. Ja? Du pfeifst dir nichts. Du sagst, ich nehme jetzt all meine Leichtigkeit. Ich nehme jetzt all das in mein Leben. Und schließe ab. Bei 1 und 8 ist 9. Du schließt mir dann ab. Du schließt etwas ab. Du beginnst etwas Neues. Und weil du etwas abschließt, kommst du zu ganz sensiblen Gefühlen. Also du kommst in deine Verletzlichkeit. Aber im positiven Sinne. Dass dich jemand verletzt im Außen. Und du das kleine Küken bist. Oder das Opfer. Das sehe ich hier überhaupt nicht. Weil du bist mal zu sehr im Mittelpunkt. Egal wo du erscheinst. Man liebt dich. Man findet dich dermaßen hübsch, attraktiv. Egal wie du ausschaust. Aber man muss sich nach dir umdrehen. Du bist sehr, sehr schön. Sehr lichtvoll. Menschen werden dich betrachten. Menschen werden zu dir kommen und sagen, hey, wie hast denn du das bitte gemacht? Und sich über den Hindernissen erheben. Das heißt, du erhebst dich den Hindernissen und sagst, okay, gut, das ist jetzt Thema. Das ist jetzt Fakt. Das muss jetzt gemacht werden. Dann machst du es und dann gehst du es auch an. Und das kommt jetzt in dein Leben. Ja, Schatten verborgenen Schätze. Das ist irre Licht. Du lässt dich nicht mehr irre halten. Du lässt dich nicht mehr verschaukeln. Du lässt Menschen nicht mehr an dich ran. Du erhebst dich und sagst, gut, ja, ihr könnt es eh da unten. Ihr könnt es tun, lassen, was ihr wollt. Aber ohne mich. Und das kommt dir zugute. Also, erhebst dich. Dann hast du Geheimnis, Erweiterung und die Vorfreude. Also, die Erwartung, die Vorfreude. Für mich ist das eher die Vorfreude. Und das Geheimnis. Also, hier auch hier könnte es um ein Geheimnis gehen, dass du hier ein Geheimrezept hast. Das kann es auch sein. Dass du dich ein bisschen hinter den Fächer versteckst. Und ein bisschen so flirty, flirty machst mit den Fächern. Wenn du wo bist. Dass du sehr gut flirtest, aber dass du sehr verschwiegen bist. Also, du bist nicht jemand, der dann gleich alles ausplaudert. Und das merke auch ich immer mehr. Das ist auch interessant. Weil, wenn ich jemanden kennenlerne, dann halte ich mich eher schon eher zurück. Ja? Und die anderen plaudern. Ja? Also, hier könnte es tatsächlich sein, dass du hier ein Geheimnis lüfterst. Weil wir haben die Vorfreude. Wir schauen uns dann an, ob die Vorfreude. Weil es ist eine Vorfreude. Das heißt nur noch nicht, dass du hinter dem Geheimnis kommst. Das werden wir jetzt mal klären hier gleich mit den Karten. Was hat es mit dem Geheimnis auf sich? Was hat es mit dem Geheimnis auf sich? Ja, ich nehme es im Wurscht. Der Hirsch, die Brücke, die Karte, das Geschenk. Wow. Ja. Hier ist es bei diesen Kartenkonstellationen, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Hier packst du die Sachen, das Thema Finanzen, Wertschätzung an. Ja? Weil die Karten der Münzen, sie ist nicht Geld oder Geldfluss. Da steht im Gegenteil, Geld verlieren. So, du verlierst jetzt kein Geld und das ist auch kein Geheimnis, ja? Aber ich sehe, dass du etwas planst. Das ist gut. Du planst etwas, wo du zu mehr Fülle kommst. Hier. Wir haben das Geschenk und die Planung. Du planst etwas. Du planst ein, oder du selber hast das Geheimnis, dass du etwas planst und du sagst es nicht, ne? Mal angenommen, du hast irgendetwas, was du kreierst, erschaffst, aber du sagst es nicht, ne? So. Du bist still wie eine Fledermaus. Nein. Die sind nicht still. Aber du bist, ihr wisst, was ich meine, ne? Du bist total still. Du erzählst es nicht. Du gibst es nicht preis. Und das ist ein Vorteil, weil jetzt kommt es zu, jetzt, ja? Kommt es zu einem Hinweis, dass du jetzt die Brücke oder dass du auf der Brücke wandelst und gehst. Und hier ist die Zeit, ist reif, damit du jetzt in die Veränderung kommst. Also hier um 10 Uhr oder um 11, Moment, wie hieß es jetzt? Nein, um 14, äh, um 14 Uhr, ja, um 2 Uhr. Also 5 Minuten vor 2 könnte ein Hinweis für euch sein. 5 Minuten vor 2 Uhr könntest du das Geheimnis bekannt geben, zum Beispiel. Ja. Und das im Herbst. Das wird passen für den September, ne? Also sehr, sehr gut. Zwischen September und Oktober wirst du dein, äh, wirst du deiner Kreation nachgehen. Und zwar mit voller Eifer, mit voller Elan, mit den Asterschwertern. Also du bist wirklich, du stehst zu dem, was du machst und wie du fliegst quasi da drüber. Und, äh, die Menschen denken, wow, wo kommt das denn her, ne? So. Und das, das ist deins und das ist deine Geheimnis. Es ist nicht kein Geheimnis von anderen Menschen, sondern du bist eher, mh, pst, ne? Still. Ja, dein Körper, Aufbruch. Hier geht es um Yin und Yang-Energie. Du verlässt deinen dunklen Körper. Ich habe hier das Gefühl, etwas war, wo, mit dem du nicht, in dem, dass es dir nicht gut ging oder vielleicht davor, im August, vielleicht nicht gut ging. Wir haben nämlich im Schatten verborgene Schätze. Und das sind deine Schätze. Die waren im Verborgenen. Du hast sie im Verborgenen gehalten, deine Schätze. Und jetzt verlässt du diese Energie und kommst in diese Energie, ne? Also von der dunklen Energie kommst du in dieses Licht, ne? Du nimmst Anteile damit, ja, weil wir die Rose in der Mitte haben, aber Yin und Yang verbinden sich, ja? Das Dunkle und das Helle. Und du weißt, dass beide Seiten wichtig sind. Dass beide Seiten das große Ganze ergeben. Und da machst du dich auf die Suche. Du machst dich auf die Suche nach deinen Wurzeln. Du machst dich auf die Suche nach deinen Schatten. Du machst dich auf die Suche nach deinen Anteilen in dir. Du beginnst, etwas in die Heilung zu bringen. Und das fangt jetzt an. Also du setzt dich jetzt immer mehr in dein Bödlein hinein oder in deinen Zug hinein. Und du traust dich jetzt auch dieses Mal einsteigen. Ja, und du hast einen treuen Gefährten hier. Vielleicht hast du auch einen Hund. Wir sehen hier viele Blätter, ne? Es könnte tatsächlich sein, dass du im Herbst, wenn die Blätter zu Boden fallen, dich auf ein neues Abenteuer einlässt. Angenehmer Brief, großes Glück und guter Herr. Okay. Das werden wir jetzt auch noch klären. Hier könnte es sein, dass du einen Brief bekommst von einem Menschen. Von einem sehr weisen Menschen. Oder du schreibst einer weisen Person und das macht dich glücklich. Oder deine Mama oder dein Papa meldet sich. Oder deine Oma meldet sich wieder bei dir. Also hier ist jemand, der mit dir wieder in Kontakt kommen möchte. Und das fühlt sich für dich wie Glück an. Oder großes Glück an. Da möchte ich auch noch schauen, bei diesem angenehmen Brief, was ist denn da drin denn? Und was geht es bei diesem angenehmen Brief, wenn euch dieser erreicht? Wow, und mein Aufstieg. Oh mein Gott. Wow. Leute. Ja, wieder die Uhr. Ist auch im Stapel 2 gefallen. Also hier auch die Uhr. Nochmal. Ja, du wiegst ab. Wow. Du schaust hinter die Masken. Sehr gut. Du lässt die Masken los. Du lässt die Ängste los. Du lässt sie hinter dir. Du wiegst jetzt ab. Was ist für dich wichtig? Was ist für deinen Aufstieg wichtig? Was ist für dein Weiterkommen wichtig? Was ist für deine Gesundheit jetzt wichtig? Was ist jetzt wichtig für dich? Und da bist du ganz diskret. Also da wirst du nicht viel erzählen, sondern man wird es dir auch nicht erkennen oder merken, dass du da etwas gemacht oder getan hast. Und dann schaust du dir in den Spiegel und denkst dich, wow, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Ja, es geht mir viel besser dabei. Und hier der Aufstieg. Du schaust in den Spiegel und sagst, ja, das ist meine Bestimmung hier. Das ist meins. Das ist mein großes Glück. Und das hat etwas mit diesem Brief und dem großen Glück zu tun. Kein Wunder. Aufstieg, die Brücke, der Übergang, die Zeit ist reif. Du wiegst jetzt ab und du schaust jetzt in dein Spiegelbild hinein. Schaust du mal weg? Du schaust hinein. Dann haben wir hier, wow, der Schlüssel und der Bär. Ist für mich ein neuer Vertrag mit einem Chef, mit einer Chefin, mit dem guten Herrn hier. Gehe ich so einen Vertrag eingehen. Der Bär steht auch immer für eine ärztliche, oder nicht immer, aber auch für ärztliche oder Arzt, Ärztin. Dann sehe ich hier, man reicht dir etwas und du traust es dir auch zu nehmen. Also hier im September reicht man dir etwas und du traust dich, das zu nehmen. Also hier ist jemand mutig. Der Bär steht auch für Mut, für Kraft, für Ausdauer. Und wir haben jetzt zwar den Baum hier nicht dabei liegen, aber in der ganzen Konstellation spüre ich, dass du dich aufmachst auf ganz neue Ära, auf ganz neue Ufern. Und das ist deine Vorfreude, weil niemand es weiß, was du da machst. Aber im Endeffekt freust du dich schon, dass es gemacht wird, damit du endlich durchatmen kannst und sagst, okay, gut, ich habe es jetzt hinter mir. Und vielleicht ist es gar nicht zu schlimm, weil man das große Glück sagt, vielleicht ist es gar nicht zu schlimm. Vielleicht hast du dir zu viele Ängste auf das hinein manifestiert und in Wirklichkeit ist es gar nicht so schlimm. Vielleicht empfindest du es auch nicht für so schlimm. Dann Wesen, Persönlichkeit, Verstand und Sprache. Hier geht es um Sprache, um Sprechen, um Aussprache, um dass du dein Geheimnis vielleicht im September lüftest mit anderen Menschen. Das kann sein. Vielleicht lüftest du das Geheimnis im September. Mit Verstand, mit deiner ganz persönlichen Sprache. Du sprichst das aus oder du traust dich jetzt, das auszusprechen, was du dich vielleicht vorher nicht gewagt hast oder dich getraut hast. Und dann schauen wir mal, was kommt denn noch für eine Botschaft für dich. Die Liebe und der Herr hat sich umgedreht hier, der Brief, der Ring. Okay, dann schauen wir mal, was kommt auf euch zu. Was kommt im September auf euch zu? So, die ist jetzt unten. Moment. Es wird jetzt ein bisschen laut. Ja, das ist gut. Ja. Hier hast du, das ist so spannend hier. Im September grübelst du und hast Zweifel, hast Ängste. Denkst du, das gibt es nicht. Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht drüber. Ich weiß nicht, wie das ausgehen soll. Ja, wie das passen kann. Und du studierst und du studierst und du studierst und du hast Angst. So, dein Körper hier. Und dann nimmt dich jemand in die Hand und sagt, okay, hey, schau mal, so schlimm ist es gar nicht. Komm, komm, ich nehme dich jetzt. Ich nehme dich jetzt und wir werden das schaffen. Du wirst das schaffen. Du kommst an dein Ziel. Du wirst deine Veränderung sein. Ja, vielleicht denkst du dir, das, was du gemacht hast, das wird doch sowieso nichts. Aber da war die unterste Karte auch viel Geld gewinnen. Ja, es kann sein, dass du viel ausgegeben hast für etwas, für ein neues Projekt. Also du denkst, Mensch, wird das jetzt auch wieder was? Oder wird das wieder reinfallen? Es wird was. Also du bereitest dich auf ein großes, neues Abenteuer vor in deinem Leben. Aber du wirst am Anfang des Monats noch verschwiegen sein. Also erst, wenn es dir wieder gut geht oder wenn du dir sicher bist, dass es genau das ist, was du möchtest. Erst, erst dann gibst du es bekannt. Vorher bist du verschwiegen und bist still und sagst auch nichts dazu. Ja, das war's. Das Monat ist um. Ich freue mich, dass du wieder das nächste Mal wieder mit an Bord bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Monat. Schau auf alle Fälle noch rein in den anderen individuellen Videos von mir, die von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag ist Ruhe und Sonntag geht's wieder los. Also fünfmal bekommt ihr Botschaften, Hinweise von mir und wünsche euch vom ganzen Herzen alles, alles Liebe, alles Gute. Tschüss.